hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge animation mit mir dem herrn gleich und dem herrn sofort neben mir aus gilde nummer 1 rumble time leute wir kämpfen gegen ich mache erst mal eine box so also 75 ich könnte ich kann ja noch ein pack opening kann ich auch noch mal so auf geht's was ist denn hier los ich hab doch schon drauf gedrückt nein jetzt habe ich noch auf den shop versehentlich drauf weil ich auf das x gedrückt habe und es hat nicht reagiert alter das gibt's doch gar nicht meine güte man 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 das ist noch normal dies ist not normal dies ist nicht nicht mit so jetzt gehen wir mal rein 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 ja so und jetzt haben wir's free to lose 37.000 punkte haben wir aktuell und free to lose 30.882 und jetzt sehen wir mal zu der gegen 0 10 0 10 von free to lose 0 10 0 10 0 10 so dann hätten wir eine fahrt school jimmy junior gegen 0 10 0 10 warum 0 0 0 1 0 1 0 na gut dann mach mal den jetzt auf französisch 0 1 so jetzt mal terrestrial cycling so dann in peter zehn stunden später jetzt stelle man sich mal vor ich würde da oben immer noch auf geschwindigkeit eins spielen ja dann habe ich ihn darauf angesprochen ob er denn möchte dass man ein bisschen nach oben nicht nur du das haben auch zuschauer und dann hat er gesagt nee da komme ich nicht ganz nach mit den karten ja weil ich erst mal die ganzen effekte kennenlernen wollte ich wollte ich habe von anfang an also als erstes wo ich mich auf zwei gespielt siehst du deswegen kannst du es bis heute noch nicht richtig kaboom was für kaboom so jetzt muss ich mal überlegen roger ich habe immer noch nicht sexualkunde peter susan boyle one man die musical und shopteacher hängt ich bin hier doch kein witz ich hoffe jetzt so hat das weiß ich hoffe es ist ein erster drauf hallo für die gilde ja die gilde gewinnt bitte also dafür dass du das gerade gesagt hast was habe ich denn gesagt musst du ein match verlieren was habe ich denn gesagt musst du ein match verlieren gegen hanky zu 100% musst du ein match verlieren hanky nein muss ich nicht doch das gibt es ja gar nicht so ein arrokanter Typ so weiter gehts ja als ob ich gegen die verliere jetzt hoffe ich dir so hardcore dass du eins verlierst wieso warte mal jetzt muss ich erstmal ich muss jetzt endlich mal ich habe das immer noch nicht gemacht mit dem roger den push ich jetzt mal schnell hoch den roger 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 doch wird mit 300 ne 99 nein 99 das hast du damals gesungen ja ich weiß alter wie lange dauert das bis man hier rauskommt hat es jetzt wieder aufgehängt oder was das ist dein tablet leute 500 millionen jahre später ja ich wollte eigentlich jetzt nur eines machen wollte jetzt eigentlich nur lediglich hat es jetzt echt aufgehängt ich wollte jetzt lediglich den roger pushen den roger pushen den roger pushen das kann doch nicht sein das doch oh mein also leute das tablet mach mal ganz kurz da den bildschirm weg ja so jetzt muss ich mal das spiel starten also leute fünf minute später ist das spiel dann auch neu gestartet eh das macht gerade gar nichts ne echt nicht oh jetzt nachdem ich zehn mal drauf gedrückt habe was ist denn da los das kennst du doch nur von der tablet alter du drückst sogar manchmal 20 mal drauf so ich bin fertig ja 76 punkte ich habe alle gewonnen jetzt stürzt es auch noch ab juhu warum wollte ich jetzt einfach nur mal da den rutscher pushen pushen die combo erforschen damit mir das spiel jetzt hunderttausend mal abstürzt juhu 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 ja das ist schön für dich ich freue mich auch riesig für dich dass du sechs matches in fünf minuten schaffst ich habe gerade gesagt sechs minuten na gut oder ja manche dauern einfach nur eine viertelminute gefüllt so ja ja und es dauert und dauert und es dauert und es dauert schubidubidu macht das spaß 34 juhu 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 jetzt haben wir gleich geschafft warum nicht mehr von 33 auf 90 springt das macht gar keinen sinn ja das ist halt gut programmiert so 7 97 prozent 100 prozent juhu 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 So, der Roger. Na komm schon, Alter. Das ist so frust, Alter. Ey, ist... Alter, jetzt bin ich wieder bei A. Du bist bei A. Das kann doch nicht sein, was das lebt. Das macht überhaupt keinen Spaß gerade hier. Das ist aber witzig für die Zuschauer. Das ist überhaupt nicht witzig, das ist einfach nur frustrierend. Das kann doch nicht sein, guck doch mal, der reagiert überhaupt nicht. Ich kann machen, was ich will. Ich krieg's nicht mal rübergezogen. Jetzt geht er wieder auf die Bending-School! Alter, willst du mich verarschen? Jetzt bist du wieder bei A. Meine Güte, was ist denn das? Dann hast du's gleich geschafft. Ja, ich hab's gleich geschafft, zum Roger zu kommen. Juhu, da ist er. Nein, nein, das war ein Fehler. So, okay. Ich bin jetzt wieder auf A gekommen, wenn das so gut ist. Ich hab' alle Karten drin ge... Ah, ja, kein Wunder, dass das so lange gedauert hat. So, jetzt einen Tag und dann machen wir... Komm, bitte, 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 funktioniert jetzt einfach nur. Bitte, funktioniert jetzt einfach nur. So, und dann mach' ich einmal eins und zwei und drei und fertig. So, juhu! Alter, Vater, das gibt's doch gar nicht. Jetzt hab' ich wenigstens auch den Roger. Nachdem ich das Spiel neu starten musste, geschätzte zehn Minuten, hier mich durch die Karten durchscrollen. Und dann krieg' ich Dummy Fight. Juhu, Dummy Fight. Wollte ich immer schon mal haben, aber ist egal. Äh, ja, das wär' jetzt der Oberbrüller. Dann könnten wir grad' noch mal in den Ladebildschirm rein. Juhu! Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen aktuell. Also, jetzt gehen wir aber wieder zurück in die, in die Schlägerei. In die Schlägerei! In den Rumble! Ja. Und acht Matches hab' ich noch. Wow! Jetzt hab' ich noch ganze 17 Minuten Zeit für acht Matches, weil ich eine Karte... Das ist voll viel! Ja, aber nicht bei dem Tablet hier. So, jawoll! Also Leute, ähm, Pleiten, Pech und Pannen bei sofort und gleich. Ne, nur bei gleich. Gareth T20 von Free2Lose. Nur bei gleich. Mach' mal hier den Eugene Welcher. Äh, doch. Diorama... Die... Diorama... Die... 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 Diorama... Die... 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 so das muss jetzt trotzdem reichen eigentlich kommen was soll ich was soll ich denn reden und kommentieren wenn ich konzentriert bin und versuche noch den letzten punkt irgendwo raus zu kitzeln ja ich versuche aber möglichst alle punkte rauszuholen ja wenn ich gar nicht nachgedacht hätte dann hätte ich keine ahnung 80 punkte nur gehabt was weiß ich nein das fände ich jetzt nicht wirklich so cool so noch sieben matches und 16 minuten nein will ich nicht mehr weil jetzt sind sie alle erforscht locksmith 322 verschiedene möglichkeiten jetzt könnte ich natürlich das oder das oder das machen oder dass da hinten da hätte ich 39 hier hätte ich 36 17 32 ich fange mal mit bob an und dann gucken wir erst mal was kommt so schauen wir uns erst mal an was kommt ja dass da kann da reicht auch dass jeder hiphop bob der hat dann gleich in der nächsten runde viel mehr schaden und dann haben wir hier die tina und dann haben wir terrestrial cycling bad tachatina ergibt das ja was soll ich denn sonst sagen was hätte ich denn sonst sagen sollen ergibt das was 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 hättest du denn dafür gesagt ersatzweise jetzt ist die kombo bad tachatina herausgekommen das findest du klingt besser finde finden sie herr sofort dass das besser klingen würde oh die kämpfen auch noch mal also jetzt schauen wir das ich habe immer noch glaube ich fünf kämpfe sehr bär und da machen wir doch einfach mal kurzen prozess peter und den sexualkunde peter wenn ich den natürlich auf slot 1 habe kann er auch gar nicht vorbeiboxen jetzt haben wir 46 schaden auf der 1 schon von vornherein jetzt haben wir noch viel mehr durch den eyrek lobster und dann haben wir den bobby und was macht der henk eigentlich noch gar nichts was soll der henk machen da oben meinst du den charakter ja halt schild und bürger wenn du ein buchstaben weiseern name älter würde es heißer kräfteln und dann bekämpfe so hankig der hong jo man also weil wir jetzt noch jetzt sind es noch fünf matches und dassorten ist das witzig so also 300-dollar-messer titi 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 ja sexualkunde peter sollte jetzt ausreichend für eine glatte 100 ja das glaube ich allerdings auch titi titi glatte 100 also leute wenn euch die vier matches gefallen haben so also weiter geht's ja es ist ein deutlicher sieg 8000 punkte unterschied das kann sich sehen lassen so justin k 22 und dann machen wir doch folgendes wenn man bänder dann machen wir hier wenn das weapons und dann machen wir wieder und dann machen wir hier langer start mit scharfem stein ex versus tornado es darf finden academy geht nicht so viel zeit ist habe ich nicht mehr so wir sind ja schon bei 16 aufnahmen so lang braucht man eben wenn man richtig spielt wenn man richtig spielt wenn man hat sich nur sagen wie viel hast du mit dem anderen account gemacht was folgen sie in 76 so zwischen 30 30 30 40 ja hoffentlich auf 85 55 ja so war geht's genau wie wenn ich sagen würde ok kunden 1 bis 10 wie gut nee wie laut ist die uhr dann sage ich minus fünf so auf die art weißt du vincent 76 leben hat er zufälligerweise macht man das so man guckt was für ein charakter der andere hat wie stark denn etwa ist ja zufälligerweise macht man das so man guckt was für ein charakter der andere hat wie stark denn etwa ist peter ist peter ist schwach ja mit 76 leben sowieso so eine glatte 100 geholt eine glatte 100 hallo oh wo ist eine glatte 100 wie gesagt du willst darauf keine wirkliche antwort hören doch weil sonst schimpfst du wieder mitnehmen weil ich gut bin das war die dümmste antwort die ich habe das gegeben habe so also peter und dann haben wir maxi maxi oder mountain climber peter oder bending school das ist ja das geht nicht mit dem ich weiß und mit dem alles nicht gerade zufriedenstellend auch den nachher kraftbieter nein auch nicht zwischen markasbieter da ist die mauer toll der kommt ja so schon kaum durch die mauer durch so so genau ich bin ja gleich aus in und auswendig so und jetzt sind wir auch schon soweit damit haben wir das mit ne je nachdem wie das geht ja korrekt nein den nehme ich nicht weg ich nehme den bonus nicht weg ich werde diesen bonus nicht weg nehmen nach rechts und links die acht so jetzt den darüber und das war's 92 geholt immerhin noch ein einziges match glaube ich wenn ich es richtig gesehen habe ein einziges ist noch übrig und dann schauen wir mal dass wir das jetzt hier noch gerissen bekommen also lila irak lobster irak lobster irak lobster two butt girl katz mhm 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 ja ich verstehe es nicht was du mir sagen willst hä hallo ich habe jetzt nicht lange nur ich kann jetzt nicht ewig nicht lange da hingucken ich habe sie sogar markiert gehabt so ähm ich nehme mir jetzt mal hier vor die rivalität vor allergleichen verstehe es ich habe ja jetzt eine sekunde drauf geguckt und weiß nicht was er will jetzt gar das darf ich bin doch gleich brauchst du nur noch ein match oder ne ja aber lass mich das doch erstmal fertig machen ich weiß nicht was daran so schwer ist so smiley und dann haben wir butt toucher tina und lange start mit scharfen stein so jetzt bin ich durch jetzt hier bitteschön was denn ich habe es dir markiert ja schön dann sagst du ja da oben so ein kleines ding da markiert auf einer seite wo hunderttausend sachen drauf sind und dann soll ich das innerhalb von einer sekunde sehen ja so ähm also er ist bei fortnite inzwischen auf rang 901 hochgerutscht global so und dann gucken wir mal ganz kurz hier rein wie das da aussieht 43 haben da gekämpft bei uns gucken wir mal Kadli mit einer sensationellen glatten tausend Frankensee Tomek Dytronic Abdam Chris R Bounty Tularis Spider Ephiop The King Gekomoria Junket Henny Nero Der Pate Dennis Jajaja Krabby Big Big Robert Natty Nate Manuel K Casey Remington Michael Crowe Apokalyptica Topdas Oli Zett Reverend Teklis Mimo Grumelli Krankos Kings Enskar Riggi Spanish Sessomaru Robert Die Zahl des Teufels Ach du Eilige Jojo Marlene Tee Sonja Gamergeist Rommi Ulrike K Thomas Cookie Mit 48 Leuten gekämpft Super Ergebnis rausgeholt 39.787 gegen 31.828 Geile Sache Viereinhalb Minuten noch Werden wir definitiv gewinnen Wenn es euch fallert Lasst mir immer ein Like da Schreibt was in die Kommentare Abboniert den Kanal Und schreibt es nächstes Mal wieder an Wenn es wieder heißt Animations Rolldown Mit mir dem Herrn Gleich Macht's gut bis dann noch tschüss Ja 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 Understanding Asslords Ja Na